Die Sendung wurde live untertitelt. Wie gehst du vernaunt? Wer ist denn wir? Nur ich und eine Freundin. Alexandre? Hier bin ich. Das war ein sehr schöner Abend. Ich auch. Du bist so anders. Hast du jemanden kennengelernt? Nein. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Du bist verliebt, das ist mit dir. Liebst du ihn oder nicht? Wie alle kleinen Mädchen habe ich vom großen, starken Prinzen geträumt, der mich auf Händen in sein Schloss trägt. Darf ich weitermachen? Weitermachen womit? Von unserer Geschichte zu träumen. Okay, Schneewittchen. Was hast du gesagt? Ich sagte, okay, Schneewittchen. Ich verbiete dir mich so zu nennen. Zwischen euch ist es aus. Sie ist jetzt mit mir zusammen. Also Finger weg. Willst du mir drohen? Diana hat sich entschieden. Du bist raus. Ich mach dich fertig, du Idiot. Trau dich, Zwerg. Ich will Blut sehen. Los, komm, komm. Nein, nein. Warte. Du bist ein ganz besonderer Mann, Alexandre. Die Welt wird durch dich größer. Eine Grimasse? Ja, eine Grimasse. In Ordnung. Ich kenne einen aus der Schönheitschirurgie. Okay. Das ist natürlich. Ich habe nichts zu machen lassen. Es tut mir auf. Vielen Dank.